Lebensbedingungen und Bildungschancen von jungen Menschen verbessern, das hat sich startstark zum Ziel gesetzt. Seit 2017 ist die gemeinnützige Gesellschaft in der Messestadt Riem aktiv. Schwerpunktthema ist, dass wir uns um das Thema Übergang, Schule, Beruf und Berufsorientierung kümmern. Wir arbeiten, machen Angebote für alle siebt, acht und neun Klässler hier im Stadtteil und darum ranken ganz viele Projekte bis hin zur Einzelberatung, immer wenn es um die Frage geht, was kommt eigentlich nach der Schulzeit. Das ist das eine und das andere ist, dass wir diesen Lernort hier zur Verfügung stellen im Stadtteil, das sogenannte Gate 6 mit dem Open Space, wo Schülerinnen und Schüler montags bis freitags zum Lernen kommen können. Da geht es weniger um die Nachhilfe, sondern einfach um einen coolen Ort, um einen Ort, wo man in Ruhe gut einfach seine Hausaufgaben machen kann und lernen kann. Nicht alleine, mit anderen immer gemeinsam. Unterstützt werden die Jugendlichen hier von ehrenamtlichen Lernbegleiterinnen und Lernbegleitern. Auch Notebooks können ausgeliehen werden, beispielsweise um ein Referat vorzubereiten. Die SWM Bildungsstiftung unterstützt dieses starke Projekt über einen Zeitraum von 16 Monaten mit 31.000 Euro. Es ist eine unglaublich einladende, wohlfühlende Atmosphäre. Das Ganze ist wirklich sehr großzügig, sehr modern eingerichtet und ich finde, es ist eine richtig schöne Oase geworden. Schon die Idee, Start stark drückt ja aus, was man da eigentlich an Innovation mit ausdrücken will und ich bin sehr, sehr angetan, tolles Projekt. Die SWM Bildungsstiftung fördert Projekte, die die Bildungschancen benachteiligter Kinder und Jugendlicher verbessern. Sie ist einer der größten sich im Bildungssektor engagierenden Stiftungen Deutschlands.